Ich hätte einfach auf der Plattform stehen bleiben sollen, wäre viel einfacher gewesen. Lauf, 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 schneller! Jawohl. Und der nächste Stein, ja sicher. Und da ist das Vieh. Muss ich jetzt nochmal gegen den antreten? Oh, sieht's aus. Schauen wir, was jetzt kommt. Oh, jetzt klaut er mir sogar die Unsichtspan. Was kann ich denn hier machen? Achso. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, das Ding fährt natürlich. Oh, oh. Oh, oh, oh. Zu weit. Bleib unten, bleib unten, bleib unten, bleib unten. Fährst du jetzt wohl wieder runter? Jetzt hat er mich schon wieder geplattet worden. Ähm. Hä? Aua. So. Ah, wenn ich hochspringe, geht's auch so ein bisschen runter. Oh, scheiße. Ah, shit. Ist möglicherweise rechts auch noch eine Vorrichtung. So, hier runter. Wieder hochspringen. Oh. So, hier ist die... Hochspringen, 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 hochspringen. Oh, oh, oh. So, das war knapp. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Boah. Oh, sau. Das kommt schon. Jawoll, jawoll. Was? Was das? Hab's erledigt? Sicher. Oh. Das war schwer. Ich kann nicht glauben, dass wir diesen... ...Biest. ...Bist. ...Bist. It is dead, isn't it? It is. That feels... ...strange. You look exhausted. I'm a glowing ball of light. How can I look exhausted? ...Bist. Anyhow, I'm all right. In fact, I feel great. These ancient souls are overflowing with power. And we have just absorbed it all. What do you mean? I mean, our power in this world has grown. Oh, that's good. I guess. I think. ...Bist. Und das Licht ist größer. Find ich auch gut. Da sieht man zumindest ein bisschen mehr. Ah, da vorne. Oh, ah. What? Nicht runtergefallen. Dann machen wir noch ein Collectable. Die nehmen wir noch mal alle mit. Mal gucken, ich... ...Drei von fünf. Zwei von fünf. Ein paar habe ich ja liegen lassen, dummerweise. Zwei Stück. Wenn ich mich richtig erinnere. Dead End. Ah, hier kann ich sogar noch mal hin und her springen. Ja, das ist cool. Okay, beim ersten habe ich gleich mal fünf Stück übersehen. Zweitens drei, beim dritten zwei. Great. Another Dead End. Your powers of observation really do you credit. Sometimes, to advance, you must go back. I guess we don't have a choice. Let's have a look at this lousy map. You see, it does come in handy. Okay. Travel back. Feels good being able to see so far. Is it not? Yeah, this place doesn't feel so frightening anymore. I warn you. Do not get too caught up in appearances. The swamp gets more dangerous with every step you take. Tja, der wird immer gefährlicher. Als ob das vorher nicht schon gefährlich genug gewesen wäre. Unser Licht ist jetzt ziemlich, ziemlich groß geworden, tatsächlich. Ich bin jetzt mal gespannt, ob, also es sind ja jetzt, laufen wir jetzt eigentlich das Level wieder zurück, was wir schon gemacht haben. Oder? Ich glaube nicht, ne? Oh, 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 oh. Moment, 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 Moment. Halt, stopp. Halt, stopp. Ähm. Das war, glaube ich, nicht so, wie ich es gedacht wäre. Naja, so wie es sein sollte. Okay, Moment, 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 Moment. Bin ich da irgendwie falsch? Muss ich nicht nach da oben? Kann ich noch nach da oben? Ähm. Ah, hier. Warte, Moment, Moment. Ich will erst wissen, was da oben ist. Um ehrlich zu sein. Ne. Wie kann... Wie komme ich da... So. Ist da oben irgendwas? Oder? Okay. Ich bin ein wenig irritiert. Ich wette, da hätte man auch oben irgendwo lang gekonnt. Nur habe ich das dann vermutlich wieder nicht so richtig gerafft. Da oben sind überall Zahnräder. Ich wette, da kann man irgendwie oben entlang und die ganzen Zahnräder... Äh, die ganzen Mechanismen da... ...auslösen. Ich weiß allerdings noch nicht, wo... ...wie... ...genau, oder ob ich da gleich zurückhennen muss. Da unten löse ich auch wieder Mechanismen aus. Oh Gott, ist das crazy. Moment. Ah, Moment mal, Moment, Moment, Moment. Welches? Äh, ist schwer zu sagen, ob das oben oder unten... ...hier den... ... bewegt. Auf jeden Fall haben wir ein Collectible. Jawohl! Wofür sind denn die ganzen Mechanismen hier? Oder sind die nur zum Spaß da? Na ja, da ist auf jeden Fall eine Tür. Gucken wir, wo kommen wir denn jetzt hin? A Bright Burden. Oh, das sieht ziemlich düster hier aus. Gibt's sogar. Es scheint, dass sie ein Licht anders zu meinen. Nur viel inferiorer, natürlich. Lass uns das mit uns nehmen. Ich hoffe, dass du sicher bist. Vielleicht würdest du einfach nur die Lampen haben? Nein, nein, nicht weg. Ich habe nur gesagt, dass sie das gleiche Licht als du geben. Na ja, in diesem Fall können wir es trotzdem rausgehen. Hey, lass uns das Wasser ins Wasser geben. Was jetzt... Das ist ja... War ja schon mir vorher bewusst... ...dass ich mit diesen Laternen... ...auch... ...die Mechanismen auslösen kann. Deswegen habe ich die jetzt einfach mal... ...da hingestellt, damit ich mit dem Stein hier rüberschwemmen kann. Oh, jetzt kommen gleich zwei Laternen. Jetzt muss ich wieder raten. Oh, da habe ich mich so schlecht in der Demo mit angestellt. Okay, hier ist... ...ein Mechanismus, der aktiviert werden muss. Drei Stück gibt's. Der dritte ist da hinten. Den kann ich mit der... ...den kann ich mit meinem Licht anmachen. Und dann ist vermutlich hier unten auch noch einer. Oh. Er hat da die Lampe hinstellen. Das müsste... Ja, das reicht. Damit dürfte ich hier locker rüberkommen. Jawohl. Und durch da. Ach, jetzt haben wir auch diese... ...diese, diese... ...Schwebe-Dinger hier. Diese, diese... ...Glühwürmchen. Mein Gott, wie kann ich den Namen von Glühwürmchen vergessen? Ach, Schmetterlinge sind das. Die Schmetterlinge zeigen... ...hoch den Weg. Also, die Schmetterlinge gehören auch zu der grünen Lampe quasi. Wieso ist es hier unten so hell? Wieso ist hier unten grünes Licht? Oh. Oh, jetzt kommt wieder Dawn. Meine Lieblings... Oh Gott. Wie wollte ich da veräppeln? Da reich jetzt sowas von dran verrecken. Ah, ich bin... ...depp. Oh Gott, das kann doch gar nicht wahr sein. Ich stelle mich aber auch richtig dämlich gerade an. Aber ich hab's... ...ich hab's ja vorher gesagt. Ich hab's vorher gesagt. Kann mir keiner vorwerfen, dass ich das nicht gesagt hätte. So, jetzt auf keinen Fall das Licht anmachen. Ja, jetzt haben wir endlich den nächsten Stein. Ähm... Halt, stopp. Noch nicht nach oben fliegen. Ich will erst wissen... ...was hier... ...getan werden muss. Wollen wir nämlich mal mit nach oben. Ah, 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 ja, ja, okay. Mhm, 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 mhm. I got it. Glaub ich. Zumindest. Äh... Der hier muss nach unten. Dann fahren wir nach oben. So. Nee. Falsch. Moment, halt. Ähm... Ich würde das... Wie würde ich das denn machen? Ah, doch, ich weiß, glaube ich, wie. Ich weiß, wie. Ich weiß, wie. Jetzt muss ich nur warten, bis die beiden hier nach unten kommen. So. Auf dir stelle ich mal die erste Lampe ab. Halt, halt, halt. Noch nicht nach oben fahren. Auf dir stelle ich mal die zweite Lampe ab. Und hier kann ich die... ...nach oben transportieren. So. Reicht das jetzt aus? Schauen wir doch mal. Oh ja, das reicht. Nice. Ja, da geht es. Und schon wieder da. Die machen mich noch fettig, die Dinger. Werde ich noch Albträume von haben. Von diesen Dornen. Ähm. Einfach drüber springen. Hier auch nochmal drüber. Leck mich an, Rammarsch. Das kann doch nicht wahr sein. Wie schlecht ich mich bei sowas jetzt gerade anstelle. So. Moment. Hier kann ich hin. Hier muss ich rüber. So. Jetzt muss ich das Licht anmachen. Sprengen. Licht aus. Äh. Prinzip ist klar. Aber das ist gar nicht so einfach, wenn man nicht weiß, wo die Sachen sind. Aber ich seh die ja einfach nicht. So. Moment. Licht aus. Rüber. Licht an. Hier hin. Okay. Licht aus. Licht an. Oha. Das war knapp. Das war jetzt aber richtig knapp. So. Nicht, dass ich hier irgendwas übersehe. Hier muss ich das Licht auslassen. Auslassen. Auch cool, wie er so zwischen der Haarfarbe hin und her wechselt. Lampe, die nehm ich auf... Nehm ich die auf jeden Fall mit? Ja, Moment mal. Ne, 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 ne. Die lass ich mal hier stehen. Nein! Shit. Ach, nö. Jetzt muss ich nicht... Oh, nö. Oh, das ist jetzt aber gemein. Das ist richtig gemein. Oh, Gott. Oh, oh, ja. Oh, Gott. Sei dank. So. Das ist tatsächlich echt ein bisschen schwer abzuschätzen. Wo ich hier, äh, wo ich wann irgendwie wo drauf treffe. So. Jetzt haben wir die Lampe auch. Vermutlich werden wir die auch noch brauchen.